So, noch ein Versuch. Ich habe von Franky netterweise einen neuen Prozessor bekommen, den er durch Zufall irgendwo gefunden hat. Ich frage auch besser nicht woher. Und ich hoffe einfach mal, dass die anderen beiden, ob die Schnittstelle oder RAM, ROM, die noch in Ordnung sind. So, testweise habe ich das Modul mal auseinandergenommen, also entkernt, enträust sozusagen, damit es keinen Kurzschluss gibt zwischen den Kontaktpunkten und dann nur kurz eine schützende Schicht Papier zwischen. Hauptsache es gibt keinen Kurzschluss. Weil das wäre jetzt sehr fatal. So, am Board hängt auch wieder alles drin. Gut. Dann schauen wir mal drauf, dass er funktioniert. Okay, das hört sich sehr gut an. Das sieht sehr gut aus. Oh ja. Es war doch nur der Prozessor Platz. Ja, wie geil. Genial. Okay, ein Fehler habe ich schon gefunden. Ja, aber das werden wir schon hinkriegen. Hauptsache das läuft. Weil es wir schon gesagt haben lassen. Ja, es hat ein Fehler. So, es wird das fica, intimate. Und das wird wiederh感覺. Also, ich glaube, es wird mich leer. Untertitelung des ZDF, 2020